So, Kukaratscha! Let's play Portal! Ruh, Party-Time! Teil 2, Koop, Mitte Pfötzel. Geh rein in deine Kirche! Lass mich! Du siehst so schwul aus, wenn du da rumläufst. Ach, leck mich! Schwung in der Pfötzel! Guck dich an, Kollege! Ich bin eine Titte! Gefällt mir! Kann ich da einen Daumen hoch geben für? Ja, darfst du! Ah, du Titte! Ja, und du... 20,2 cm, aber sehr dünn, ne? Ja, meine Güte! Aber ich weiß halt, wie man damit umgeht. Seh ich, wenn du läufst. Oh, Mann! So! Alter! Ah! Wumms! Da ist ein... Da ist ein Kasten! Ja, hier kommt ein Teil runtergeflogen, ne? Guck mal. Ähm... Hier, diese Mopeds. Die können wir irgendwie abfangen, oder? Die müssen wir abfangen. Wo kommen die denn hin? Die fliegen komplett unten runter, ne? Kann man hier irgendwo runtergehen? Ne? Ähm... Doch, hier kann man runtergehen. Ich geh mal hier runter. Guck mal, ob ich den hier unten irgendwo abfangen kann. Ach, du bist schon da unten? Okay. Ne, du hast nur ein Portal geschlossen. Ja, weil ich's kann. Da. Ähm... Ja, das bringt mir gar nix. Ja, das bringt viel. Hey! Hey! Hahaha! Yippie! So. Ähm... Ja, wir müssen irgendwie das Moped kriegen. Ich weiß auch schon wie. Bleib mal da unten stehen. Mal gucken, ob du das da irgendwie abfangen kannst. Denn ich habe... Die Idee, dass ich dahin schieße... ...und mir da eins runter haue. Vorsicht! Geh weg da! Das klappt! Ach guck mal, jetzt fliegt's oben raus. Das fliegt jetzt oben raus. Was hast du denn gemacht? Okay. Ähm... Oh, shit! Alter! Was hast du denn gemacht? Ich bin jetzt... Ich habe mir oben ein Portal hingeschossen. Um gegen dieses rote Teil da zu fliegen. Also um gegen den Schalter zu fliegen. Und wenn ich den betätigt habe... ...dann fliegt oben so ein Moped raus. Das heißt... ...du musst dir auch eins machen. Mach mal eins dahin. Und dann machst du dir eins hier unten... ...neben eins. Dahin. So, pass auf. Jetzt fliege ich davor. Und wenn du siehst, dass der Pfeil nach oben geht... ...und dass dieses Ding da durchkommt... ...und dann anstatt nach unten nach oben geht... ...springst du in dein Portal rein... ...fliegst da oben raus... ...und fängst das Ding ab. Standard also. Genau. So, los geht's. Warte. Rums. So, jetzt kommt das Ding hoch. Spring. Jawohl. Kirche. So, lass mich mal schauen. Wie will ich jetzt hier rüber kriegen? Ich kann dir da eins, glaube ich, hinschießen. Naja. Ich glaube, du schieß mal gar nicht. Ich schieß mal. Du kannst da. Da hin. Ja, oder so. Aber jetzt ist die Frage... ...wo müssen wir mit der Kiste hin mit dem Karton hier? Hier hin. Zu mir. Hier ist ja dieses Moppet. Das heißt, da können wir den umleiten. Leite den mal dahin. So, dann machen wir das Ding dahin. Und... Oh, fuck. Ich brenne. Kacke. Und... ...den anderen machen wir... Warte mal. Da. Ne. Da oben ist nicht gut. Der muss da landen. Das heißt, den machen wir... Wo muss der dann? Da? Okay. Da muss der Strahl hin. Warte mal. Wenn wir den Strahl... Den können wir auch nehmen. Schieb den einfach mal ein bisschen da rüber. Genau. Achso, den müssen wir dann halten. Halt mal. Und jetzt? Dann wird das Ding langsamer. So. Und jetzt... Warte. Okay, okay. Pass auf. Und dann... Muss ich von da oben mich da durchschießen? Ja, dann kommst du... Springst du von hier oben... In dein Portal rein. Hier unten. Machst dir dein Portal hin. Und dann schießt dich darüber. Warte. Ich hebe das Ding hoch. Mach, 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 mach! Ja. Läuft. Du bist ein bisschen zu früh gesprungen. Ja, ich hab gesagt, du machst da schon was. Ich mach da schon. Kann ich wieder anschmeißen? Nee, noch nicht. Jetzt kannst du. Ähm, jetzt musst du mir irgendwie ein Portal basteln, dass ich da auch rüberkomme. Oder? Nee, warte mal. Nee, warte mal. Du kannst ja selber... Ich kann mich nicht darüber schießen. Du gehst durch meins. Du gehst durch meins. Ja, aber ich kann das nicht anhalten. Ich muss das ja auch anhalten. Ähm, warte mal. Können wir das vielleicht doch irgendwie anders machen? Warte mal. Nee, warte mal. Ich glaube, wir müssen auch noch was machen. Geh mal in den Raum da rein. In den da oben. Ich geh mal da rein. Und guck mal, ob da irgendwas ist. Ich bin total autorisiertes Personal. Ja. Für Partnerschaftsperspektive. Ah, hier ist auch so ein Lasergedöns. Okay, pass auf. Dann leite ich den Scheiß mal hier. Den Laser. Ich weiß nicht, ob ich den hier rüberleiten kann. Ob das was bringt. Ähm. Also hier ist irgendwie wieder was mit so einer Scheiß-CD. Okay. Warte mal. Laser, Laser, Laser. So, versuchen wir das mal hier. Warte. Den da hin. Ja, der 1, 2, 3 bringt mir gar nichts. Guck mal hier. Ja, hier ist so ein Ding, was ich... Jetzt kommt der Laser bei dir an, oder? So. Hä? Kannst du den jetzt noch irgendwie umleiten? Nee. Nein? Kommt der nicht bei dir an? Ja, hier ist irgendwie so eine... Guck mal bei mir, drück mal Y-Lamp. Hier sind so zwei Schalters. Ja. Jetzt mach ich mal hier... Den... Nee, den wollte ich nicht machen. Ja, drück mal X. Dann musst du schneller machen. Wie? Mach doch bei go. Mach nochmal. Jetzt... Du musst sofort drücken. Drücken und drücken. Hat was gebracht? Nee, ne? Ja. Wo kommt denn der Laser bei dir an? Der kommt hier an der Wand an. Also hier... Da muss er hin. Ja. Und hier kommt die Scheiße an. Ja, dann schießt man da ein Loch hin an die Wand. So, dass der Laser da durchkommt. Und dann gehst du zurück. Und schießt auf der anderen Seite ein Loch. So, jetzt haben wir die Power ausgemacht. Das heißt, ich kann jetzt auch rüberkommen. Komm rüber. Rot dahin. Orange hier hin. Und rein da. Yay! Jawohl. Autorisierte Personen. Ja, dann ähm... Ja, Scheiter. 3, 2, 1, ne? Wo ist er denn? Da, okay. Ja. 3, 2, 1. Go. 3. 3, 2, 1. X. Geht doch. Spasti. Jawohl. Läuft doch. Spasti sagt er zu mir. Ja. Gesichtselfmeter, ja. Geh ruhig da. Komm. So, jetzt brauchen wir eine Disc. Wo haben wir die Disc? Hier muss er rein. Wo ist er? Da ist er. Schieben wir mal rein hier. Gerätschaftsmoppet. Sehr gut. Ihr habt die wertlosen Pläne gefunden. Jawohl. Ihr müsst hier bleiben, damit ich sie sehen kann. Und nicht vergessen, es gibt überhaupt keinen Grund, dass ihr sie euch anseht. Do not upload. Fertig. Denke ich jedenfalls. Ich habe nicht so... Ah, das heißt, Level ist durch, ne? Ich glaub, das Level ist durch. Ja. Wenn wir explodieren. Ja, ich glaub, Level 2 haben wir jetzt geschafft. Wenn das Level 2 war. Oder? Ja. Ja. Okay. Läuft doch. Geht doch fix. Wie nix Gutes. Ja, und du läufst auch wie ein... Wie eine Maschine. Wie ein Bär. Ja. Ja, guck mal, wie du läufst. Ja, wie eine Gazelle. Wie ein Storch, der einen Stock im Arsch hat. Da, zack! Ich weiß, was ich glaub zu tun. Willst du mich natzen? Ja, ihr kriegt so eine Runde auf doch. Ich darf euch wohl nicht außerhalb offizieller Teststrecken lassen. Ihr habt schlechte menschliche Eigenschaften an. Und glaubt mir, Menschen haben nur eine gute Eigenschaft. So, hier. Zack. Kommst du nicht dran, ne? Kleiner Mopsi. Ah! Aber jetzt ist immer hier der gleiche Anfang, ne? Ja. Ja, das ist halt diese Hauptwelt. So, wo ist denn jetzt die Nummer 3? Da unten ist Nummer 4. Da ist Nummer 2. Da ist Nummer 1. Geh mir doch im Sack. Wollen wir denn die 3? Bin ich blind? Wo bist du denn jetzt? Wo bist du? Ach, da oben hin müssen wir. Wie bist du denn jetzt da hingekommen? Geh doch mal in das Portal da. Miau. Boing, boing, boing. Jawohl. Was haben wir hier? Begeben sie sich in die Demontagekammern. Wer ist jetzt 14 Level? Bitte? Wer ist jetzt hier 14 Level? Weiß ich nicht. Stand das mal? Das kann gut sein, ja. 2, 4, 6, 7, 14, ja. Krass. Kratz ich ab? Kratz ich ab doch. Leck mich alle Füße. Mhm. Aber nur wenn ich sie 3 Tage nicht gewaschen habe. Ach. Wollen wir einen Cresigno nehmen. Hey, Cresigno, Bock dem Fessel die Füße zu lecken? Hat er bestimmt Bock drauf. Diese Strecke wurde von den Menschen erschaffen... Ne, 1 von 80, siehst du? Guck mal. Wie so oft schaffen sie etwas Wundervolles und lassen es dann... Was soll das Zeichen da? Welches sein, habe ich nicht. Lalalala, mach's gut du Trottel. So. Ähm. Warte. Den muss ich schießen. Geh mal durch. Fuck, wo kommen wir denn jetzt? Ne, wir müssen höher. Wir müssen höher. Ach doch. Ja, so geht's auch. Sehr schön. Kindergarten. Ja, das war doch easy. Ja, noch mal ohne tanzen. Miau. Ja, noch mal ohne tanzen. Miau. So. Ruhig. Ach, hier geht's noch weiter. Mhm. Wo bist du denn jetzt hier geflogen? Einfach nur nach oben? Okay. Du kannst schon mal nicht hinschießen. Du kannst schon mal nicht hinschießen. Aber du kannst hier unten hinschieben. Ne, kannst du auch nicht. Geht auch nicht. Ähm. Boah, das ist kacke. Wie machen wir das denn? Ja, wie kommen wir denn da hin? Kann man hier auch nichts hinschießen? Halt. Ich hab ne Idee. Pass auf. Obergale Idee. Oh nein, nein, nein. So, nicht da drauf. Spring hoch. Ich spring hoch. Nee, geh in die andere Richtung. Jo. Dann schieß mal da ein Moped hin. Da eins hin. Nee, er ist da. Den wegmachen hier. Gut. Warte, ich spring hoch. Jo. Das läuft optimal. Muss da ein hin machen. Meine Güte. Du hast es wirklich so drauf. Mann, jetzt da soll ich springen. Ich mach das Ding weg, sonst fliege ich doch hervor. Ja, danke. Danke. So. Jetzt machst du einen hin. Danke. Ah, warte mal, warte mal. Wir müssen hier noch das Teil aktivieren. Hm, wie machen wir das denn? Machen wir mal da einen hin. Und... Oh, fuck, Alter. Wie sollen wir denn da hinkommen? Da. Da. So. La, 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 la. So, jetzt kommt hier irgendwas runter. Ist was runtergekommen? Ja, Ball. Da ist er. Ja, hol dir mal. Warte. Und ich schieße dir hier den Weg, dass du hier durchkommst. So. Spring. Spring. Ja, das ist natürlich kacke. Ah, okay. Ähm. Da musst du mir ja erstmal so eine Brücke da bauen da so. Naja, ich muss dir eine Brücke bauen, dass du nicht bis oben anschst. Und dann... Du dich baum Ball. Ja, das heißt, den Ball müssen wir jetzt nochmal neu holen. Spring mal. So, jetzt musst du dir hier die Brücke da hin. Und dann da unten hin. Dann läufst du da einmal durch. Da unten muss die zweite hin. Ja, jetzt laufst du einmal durch. Machst du das Ding an. Wo hast du den Ball? Nein, nein, nein. Hast du den Ball? Ja, klar habe ich den Ball. Gut. So. Spring. Komm mal. Und komm rüber hin. So wie ich sie. Hast du ihn? Klar. Sehr schön. Seid ihr schon auf die eine gute Eigenschaft der Menschen gekommen? Ich gebe euch einen Tipp. Es ist die einzige Sache, die ihr nicht könnt. Wiii. Jetzt komm. Jetzt komm. Ja, ich würde sagen, weiter geht's in der nächsten Folge, oder? Jetzt schon wieder mal sagen. Zeit. Schon wieder voll da drauf. Ja. Dann macht's gut. Haut rein. Und schau mit vorn. Tschüssi. Ja. Schnick, schnack, schnuck. Zum Abschluss. Haha. Tschüss. Tschüss. Tschau. Tschau.